herzlich willkommen zu einem neuen video von hoko live wir wollen nicht lang schnacken kopien nacken gas geben wir wollen endlich diese verflickste wie heißt das ding der spitzhacke bekommen so dass man schauen was hier unser freund macht man da oder läuft im kreis natürlich läuft er im kreis der kann schon kaum erwarten hallo band da was man jetzt schon wieder und da du willst du nicht lang schnacken kopp im nacken ja das recht hast du recht sollten wir tun so ich muss aber eben mal schauen hellbraune stofffarbe dafür brauchen wir diese verdammte kreide die haben wir natürlich auch noch nicht wie macht man in diese kreide hier wie macht man ich habe etwas vorgehabt jetzt hier ich habe doch einen plan gemacht ich habe mir noch einen plan gemacht aber ich habe vergessen was ich machen wollte warte mal was ist das hier blumen pflanzen 9 von 25 wie fand so blumen hier wo blumen gepflanzt haben wir schon gemacht ich weiß ich weiß nicht was ist das denn hier ja mal weg da komm mal weg da den mist so blumen pflanzen da wenn es mal die damit da sind nur blätter pflanzen war denn hier blumen aber schon gemacht ich weiß das jetzt gerade echt nicht oh es donnert und dann mache ich will mal was ausräumen und darum gab das kannst du das ausgraben kannst du das ausgraben guck mal guck mal wups was ist das eben ja ah ja das kannst du ok mach mal wieder zu so jetzt haben wir jetzt haben wir was haben wir jetzt gesammelt wir haben wir Blütenblätter ein Kraut ein Kraut gelbe Blumen was Blumenpflanzen gepflückte gelbe Blumenpflanzen kann ich die jetzt wieder pflanzen oder was ne das geht nicht schade schade ja ich weiß jetzt gerade echt nicht sehr blöd wir haben wir haben doch schon mal egal wir müssen jetzt mal gucken wir müssen jetzt mal gucken hier erstmal sagen wir mal um jeden Tag so wir tun das erstmal für die Leute hier gefallen tun gefallen tun 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 muten so erstmal sagen wir gucken wir mal hier alles wie das wollte ich jetzt gar nicht alles mitnehmen was wir mitnehmen können so schauen wir mal hier rein so schauen wir mal hier rein ob hier einer zu hause ist ja der ist cool so hallo frühjahrsputz ne ich denke ich habe eine allergie ich denke ich die betonung geht frühjahrsputz ne ich denke ich habe eine allergie ja das denke ich ja auch hau rein mein Junge du bist cooler den finde ich gut ohne scheiße den finde ich gut so weiter geht's ähm so können wir hier eingefallen tuten schau mal schau mal hey wie geht's ja wie geht's gut und dir ich mach mal Sand und Kohle weisen erz zwar nur die gegstände das könnte hier machen glas das brauchen wir nicht kissen stoff lacher deko felsen steinwand hier konnte ich nicht mal so haben wir einmal von so wir sind gerade in der ecke wir gehen noch zum strand doch mal zum strand ist ja hier etwas irgendwas was wir lieber sehen verdammt irgendetwas und darum du hältst dich gut wie sie riesen fisch was dein hast deine kräfte annahmung langsam jetzt hast deine kräfte an den unseren wässerigen freuden gemessen was ihr super 60 sie an sie an scheint so als hättest du da ein paar prachtkerle gefangen richtig nur fair dass du etwas als belohnung kriegst bitte sehr danke sehr das letzte mal gar nicht gesehen wenn der vorschau video genau wir verkaufen unsere fische hier an balu dem meer hier oder wie heißt der ries der ries der ries ab und zu ein bisschen graben hier vielleicht finden wir etwas was wir keine ahnung übersehen oder sammelt er dann jetzt hier sand damit den sand war da kann doch bestimmt auto mal mit anstellen oder so wo willst du denn hin weißt du selber nicht ne dann fällt mal die bäumchen hier die können wir schon mal mitnehmen wer weiß wofür es gut ist wer weiß wofür es gut ist dann sehen wir zu dass wir das haben ja echt wenig gemacht wie heißt das hier dass wir für die bewohner hier gefallen können wir gefallen machen 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 sachen ein bisschen durcheinander ne bin ein bisschen durcheinander glaube ich heute bin heute ein bisschen durcheinander so erste um mir habe ich gesagt dass wir ihn kriegen wir ihn kriegen dass ihn spät ist es denn eigentlich 10 uhr schon mama mia zeit vergeht hallo und da schön dich zu sehen ich freue mich auch erzähl mir von das gasthaus bitten der dorfbewohner oh ja ich hörte dass du den dorfbewohnern hilfst nun ja die leute hier haben heftige dinge die erledigt werden müssen wenn du zeit hast kannst du ihnen helfen es macht nicht nur den einwohnern glücklich sondern ist auch eine gute möglichkeit zusätzlich geld zu verdienen und ich bin sicher dass du das der ruf unsere stadt besser wird wenn sich das herum spricht man weiß ja nie das könnte das zu führen dass mehr leute das gasthaus besuchen das stimmt omi danke so ich gehe dann wieder hallo tschüss tja ich weiß die brauchen wir nicht klebstoff blumensamen blumen 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 wie stand da fifth 政府 ich habe schon vergessen blumen wir pflanzen blumen ich habe keine ahnung dritten r cảm wunderschöner 55 oder 50 oder was shoppingkatalog war cool ich ich überlege gerade welche bäume ich da draußen immer gepflanzt hat okay die haben wir nadelbaum sagen egal wir haben blumen ja blumen kochtopf regal cool über leise ist der wecker 55 immer was ist das vielem boden holz wände nein aber das gefällt mir aber wir haben keine küche wir haben ja keine küche so jetzt pflanzen blumen pflanzen blumen pflanzen so erstmal gucken ich glaube das waren 55 blumen glaube ich ja siehst du fast 45 25 25 kann ja nicht schaden guck mal hier ist da sind wieder blumen ja also ich habe das schon mitgerechnet ich habe das schon mitgerechnet so was ist das hier alles was ist das hier was ist was was rot holzbaum gefällt ja guck mal hier kleiner wald wie komme ich in den scheiß verdammten habe ich jetzt scheiße gesagt habe ich nicht wie komme ich jetzt in diesem kleinen wald verdammt so blumen blumen pflanzen wie macht man das blumen pflanzen wie pflanzt man blumen auch mit der schippung logisch so macht doch Sinn eine blume gepflanzt machen jetzt mal die löcher 234 5 6 7 8 9 10 1 wie profi oder 2 immer den regenuhr mit wir haben gelernt dass das kann ich mal so verkehrt ist das besoffen nein falsch also geht ja sowieso so und so blumen pflanzen blumen pflanzen so da machen wir ich kann man schlecht hingucken da kann man schlecht hingucken aber egal wir pflanzen ja trotzdem ein paar blümchen die sieht man gar nicht er freut sich hier da ist noch ein loch aber ich sehe das nicht da ist noch ein loch irgendwo ist da noch ein loch da 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 wo ist es da hast du was gesehen ne ne video nicht aber macht nichts so macht nichts macht sich zu kummer hier haben wir dieses komische dingen gebaut was der eine gebaut oder die oder das oder jenes egal 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 wir machen jetzt hier ein paar blümchen hin dann freut sich der ist ein bisschen eng oder eng ist ja nicht verkehrt aber war so eng oder ja wir werden sehen wir werden sehen wir machen hier noch ein loch im boden machen wir da noch ein loch im boden da noch ein loch im boden und da noch ein loch im boden zack na falsch ja na ich hoffe das zählt ja ihr pflanzen ne das heißt ja jetzt nicht dass ich drücke mal zu früh dass ich die wie heißt das hier verdienst belohnung 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 wir haben wir belohnung zack geld zack so wir haben 25 so hier sind oh noch 20 dann haben wir das auch erledigt hier das hier was immer hier auch passiert und was ist das hier angenommen bestimmt oder äh quadratgewässert ach so quadrategewässert quadrategewässert verwirrt noch 20 wie viel haben wir denn noch wie viel haben wir denn noch wie viel haben wir jetzt habe ich das glaube ich dazu gemacht wir haben 29 sehe ich das richtig ja 29 haben wir die müssen wir die gießen nee das weißt du auch nicht und du auch ne ja ich auch jetzt gerade nicht ist egal wir pflanzen jetzt hier weiter guck mal er kriegt hier auch ne blümchen komm er sie ist kriegt auch ne blume zack ach super guck mal dann haben wir schon wieder was erledigt das ist doch richtig gut ist das doch oder 1 2 3 bin der blum 1 2 3 herrlich herrlich so ich liebe solche Spiele ohne Scheiß zwei entspannen so richtig schön und ne einfach herrlich so da rein super machen wir hier noch welche hin ja von da bis gleich fertig aber wie ach das macht dir Spaß ja ist doch schön ja wir müssen auch irgendwie mal gucken wie wir die Aufgaben erledigen jetzt ja hilft ja alles nichts müssen wir ja machen müssen wir machen äh daneben so na komm und da so wie weit sind wir na 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 wir gucken mal wir gucken mal wo war das denn nochmal 42 42 haben wir schon 42 haben wir schon 42 44 45 46 46 47 48 49 50 43 haben wir gerade aufgehoben wird Schatz gefunden so na guck ehrlich so wie gesagt nicht vergessen Daumen nach oben damit ich weiß ob dir das auch hier gefällt was du hier siehst Sonst weiß ich das nicht. Sonst ist bei 20 Schluss. 20 mache ich auf jeden Fall. Das ist klar. Was haben wir denn gerade auf? Ein Gold? Jetzt habe ich mich verwirrt. Ach, da haben wir Gold gefunden, oder was? Na, ist egal. Haben wir gefunden. Wie viele haben wir denn noch? Gar keine mehr. Also sind wir doch jetzt fertig, oder? Ja. Guck hier. 50? 25? Was das ist, weiß ich nicht. Quadrate gewässert. Keine Ahnung. Was ist das hier? Feldfrüchte geerntet. Okay. Da, Blumen. Wir müssen noch 75. Wir müssen noch Blumendings kaufen. Damit wir endlich mal so ein bisschen was hier fertig kriegen. noch mehr Blumen? Noch mehr Blumen? Ne, ne? Ne. Also, wo war das mit den Blumen? Hier. Komm. Die spielt. Ah, der hat den Land noch auf. Kommt, das schaffen wir. Das machen wir noch. Dann haben wir Blumen nämlich, glaube ich, wenn ich jetzt nichts übersehen habe, auf jeden Fall erledigt. Ne, ne, ne. Ich angeln jetzt nicht. Wir müssen erst mal eins nach dem anderen. Wir müssen ja irgendwie mal vorankommen hier. Hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Wir können ja nicht hier, ne? Oh, da steht er wieder. Schöne dich zu sehen, Bondaro. Ja, ich freue mich auch. Man freut. Mama mia. Ich muss Blumendingster-Bumster-Eimer-Samen kaufen. Oh, Bondaro. Sally hat hier drüben auf der Theke so ein neues Computergerät installiert. Ich weiß nicht genau, was ich damit anstellen soll, aber vielleicht hast du eine Verwendung dafür. Nur zu, du kannst es gerne verwenden. Es zeigt eine Liste aller Gegenstände, die ich führe in meinem Laden an und du kannst alles nachbestellen. Es ist alles sehr praktisch und bedeutet auch, dass du dir keine Sorgen machen musst, etwas zu verpassen. Wenn etwas hier ist, das dir gefällt, du dir aber nicht leisten kannst. Alle Gegenstände, die du bestellst, werden dir nach Hause geliefert. Also, überprüfe dein Postfach. Yippie-yay, danke. Aber ich muss ja erst mal hier Blumen. Ich will schon wieder vergessen. 500 war das nicht. Wir nehmen mal 30 mit. Oh, zack. Wo ist ein Computer hier? Da. Da ist ein Computer. Hängeleuchten. Cool. Toilettenpapier. Roboter. Aha. Oster. Schreibtisch. Fassamen. Aha. Grüner Blumensamen. Sampe. Roter Blumensamen. Aha. Guck mal. Blauer Blumensamen. Mhm. Spielekonsole. Tasse. Automat. Zimmerpflanze. Ein Beistelltisch. Wettenspieler. Den wollten wir auch kaufen. Haben wir aber nicht. Teddybär. Holz von Rohr. Okay. Okay. Gut zu wissen. Gut. Da kannst du also violette Blumensamen. Kannst du also Sachen nachbestimmen? Schreibtisch. Das ist cool. Das ist gut. Das ist sehr gut. Müll. Was soll ich mit Müll? Äh. Verstärker. Ja. Grassamen. Kann man mit dem Roboter was machen? Toilettenpapier. Äh. Nadelbaum. Interessiert mich hier. Die nehmen wir mit. Achso. Ich werde nach Hause geliefert. Ah ja. Okay. Vergessen. Siegel fand. So. Danke. Tschö. So. Das machen wir jetzt. Ah. Da. Guck mal. Vielleicht können wir den. Hey. Piep. Nee. Hier. 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 Ich. 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 Vielleicht kann ich dir einen Gefallen tun. Oh. Der Frühling ist da. Der Frühling ist da. Das bedeutet. Ich kann. Einen völlig neuen Jahreskatalog. Heimische Florene. Ja. Wie aufregend. Natürlich. Haut rein. Ich habe ein Wort verstanden. Was ich vorgelesen habe. Ah. Ach. Ist auch schon hier. Gut. So. Was war nochmal der Plan? Blum. 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 Hab ich nicht schon gegraben. ich bin schon die blumen gepflanzt ich habe glaube ich gesagt folge mir deswegen läuft er mir hinterher sollen wir ihn ändern müssen wir mal eben ändern mein freund ich versuche die exakte wahrscheinlichkeit zu berechnen mit der das dorf letzte nacht von aliens besucht wurde okay dann mach das mal lass dich dabei nicht weiter stören du machst mir angst das ist eine wassermelone die die auf hat oder der macht mir zwar angst hier aber vielleicht über den augen gefahren tun der wind möge uns manchmal hochwirbeln manchmal drückt er uns hinab aber er führt uns immer voran das ist weise das stimmt so weiter geht's ich weiß nicht wie das nachher aussieht ich hoffe dass das grün aussieht gut aussieht so wie verbrauchen wir noch einmal looky looky machen hier war das ne war doch hier oder was ist das denn hier objekte in der stadt platzieren ein stadt da müssen wir ein teil ein teil müssen wir hier noch platzieren hier habe ich das war ich doch gar nicht gucken wollte doch gucken wir brauchen hier immer eins am anderen hier ich habe vergessen wo das war das sind jetzt noch mal hier ja wie wir haben wir schon gut 49 49 49 genau neben dem baum ist natürlich jetzt nicht so klug in der blumen ja gar nicht genug dinger hier ist der ladenzug schaffen wir gar nicht mehr verdammt sondern mehr kaufen und nein guck mal hier wir haben ja noch gekauft ja du hast recht gut dass ich dich habe ehrlich ja das muss gemacht werden das muss alles gemacht werden das ist wichtig damit wir diese komische achs bekommen man zählt das auch als gepflanzt ne ne wo war das noch mal direkt in der stadt platzieren hier was ist das hier änderung am haus inneren jungen 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 ja hammer so ja und da habe ich habe vergessen zu gucken ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß aber das team jetzt durch kostet was es wolle so habe ich eigentlich schon gesagt ja habe ich für ihn angeschnitten also wenn ihr das hier alles gefällt dann würde ich mich natürlich tierisch 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 darüber freuen wenn du mir mal eine positive bewertung da lassen würde das war so nur so nur so nicht so nur so weiß ich ob das auch ganz gut ist was ich hier mache und ob sich das lohnt ob ich das mache ich mein lohnt tut sich das schon für mich davon abgesehen aber ich würde mich natürlich auch freuen wenn 68 wenn andere leute das auch ganz cool finden würden und da macht mir das natürlich auch schon noch mehr spaß also daumen nach oben kommentar würde mich auch drüber freuen 68 69 70 ja also das wäre echt super wenn ihr das machen würdest wenn er nicht schreiben willst ja dann lass mir einen daumen nach oben da dann sehe ich das ja auch und 20 folgen kommen auf jeden fall das steht feste es kommen auch noch dann die ein oder andere danach wird es auch noch geben aber sehr 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 unregelmäßig und vielleicht auch nur ja wie soll man sagen also ihn wie hast das jetzt hier in den momentaufnahmen weiß was ich meine sondern und zeitraffer ohne dass ich jetzt das also kurze rede langer sinn schenkt mir daumen nach oben ich freue mich tierisch glaube es mir ich freue mich richtig richtig das wäre echt echt nice habe ich nicht mitgezählt ja egal die pflanzen erstmal dann haben wir es aber glaube ich oder was sagst du haben wir damals nicht ich sage erzählt noch einer ich habe nicht mitgezählt ohne scheiß nicht mitgezählt schwer vergessen das war ich habe oder ist das 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 ob ich in der stadt platzieren was ist denn jetzt ne guck mal wir haben das 50 50 so mehr als 50 hier falsch oder objekte in der stadt platzieren natürlich gucke ich falsch das ist das angeln ich habe falsch geguckt 13 müssen sachen kaufen hier stiefel geangelt ach so stiefel ok 75 was ist das hier steine das ist das zeit mit sprinten verbringen ok ich habe immer auf das falsche ding geguckt verdammt hallelujah dann habe ich dann sind wir fertig mit blumenpflanzen da da ist es da richtig da ne blumen gepflückt wo man gepflanzt da haben wir haben wir fertig haben wir fertig dann müssen wir auf jeden fall jetzt und da wir müssen ganz schnell im laden wir müssen noch ein teil wie heißt das hier ja das ja komm 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 wir müssen ganz schnell im laden wir müssen unbedingt noch ein teil hier platzieren kaufen am besten so eine bank mal gucken mal wir gucken mal juhu guck mal wir platzieren noch irgendwas platzieren wir jetzt hier noch wir gucken mal was was es hier gibt nichts gibt es hier nichts gibt es hier dann müssen wir computer ach so dass wir das geliefert ich bin ja echt geneigt das dick zu kaufen man weißt du was wir kaufen das kommt herrlich das kaufen wir auch noch ja kommen wir sind jetzt in kauflaune ja das war quatsch dann ist gut so dann gucken wir mal wie lange das dauert mit der lieferung dann platzieren wir das noch schlafen stimmt so wunderung wir haben wir haben ja ich weiß es war falsch ich weiß ich weiß wir haben ein wecker wir haben ein wecker wo möchtest du den wecker hin haben ich habe noch was gekauft ja das was für der post kommt das was mit der post kommt das haben wir noch gekauft ein geldsack ein geldsack haben wir jetzt schon nadelbäume brauchen wir jetzt nicht das ist ja voll geil dass ich die italia benutzen kann ohne scheiß so tja sollte sagen neue linke bilder benutzen ab dafür da kommt er da kommt aber irgendwann vergessen wir indem wir noch in der stadt in gefahrt tun können sogar neuen rekord neuen rekord aufgestellt die haben wir schon so warte mal vielleicht haben wir irgendjemand vergessen hier genau stimmt bei mir so weiter aber dann gehen wir noch mal hier gucken genau wer war hier noch mal da ist er ich bin so froh dass ich umgezogen bin danke ich habe mich schon fast eingelebt ich hoffe wirklich dass ich einen guten eindruck dann also natürlich 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 also ich bin gerade durch den wald spaziert und habe ein merkwürdiges geräusch gehört dann ist plötzlich das ding neben mir aufgetaucht und ich habe mich total erschrocken bin dann in dem busch gelandet aber es war nur ein schmetterling da guck mal ich zupfe mir jetzt schon seit stunden die also nicht gelesen habe weiß was ich gelesen habe also hier steht ja ich zupfe mir jetzt schon seit stunden ästchen aus den haaren aus dem haar ich habe ganz was anderes gelesen wirklich und wenn du wenn du eine idee hast was ich gelesen habe schreibst meine kommentaren deswegen habe ich noch mal leise für mich vorgelesen so brauchst du was oh hallo und da ja ich wollte fragen ob du mir einen neuen schreibtischlampe bauen kannst ich habe erst vor kurzem mit dem backen angefangen und wenn ich nachts in der küche stehe kann ich das rezept so schwer lesen vielleicht könnte ich dir als dankeschön etwas leckeres backen schreibtischlampe na klar großartig danke bitte bitte das wird doch bestimmt nicht leicht sein so nicht oh ja sollte sagen so es muss ich leider einmal neu starten weil irgendwie habe ich das geschafft dass ich das menü irgendwie das hier aufgehangen hat oder ich habe etwas gedrückt und naja wie kam ich jetzt nicht jetzt muss ich neu starten gut egal macht ja nichts das habe ich natürlich nur vergessen wie da was ich gucken wurde die worte der schreibtischlampe haben guck mal ja na gut das hat auch nicht angenommen hallo ich bin so froh dass ich umgezogen bin danke ich habe mich schon fast eingelebt ja ich hoffe wirklich dass ich einen guten natürlich lässt so jetzt kommt bestimmt noch mal das gleiche guten abend hast du die tagesseite nicht etwas besonderes gemütliches an was habe ich guten abend hat diese tagesseite nicht etwas besonderes gemütliches an natürlich brauchst du etwas hallo und da ja ich wollte dich fragen ob du mir eine schreibtisch natürlich kann ich das sicher großartig danke an mir gerade schon okay kannst du ja nichts für so dann habe ich das menü aufgerufen und da hat er sich verabschiedet gut das geht jetzt also gucken wir mal nach vielleicht können wir die lampe ja noch schnell bauen das wäre natürlich noch richtig nice das backen braucht die uns nicht weil auch die spitzhacke das gucken wir jetzt noch ob wir das hinkriegen ich vergesse immer wo ich das machen muss zurück stuhl tisch bett ach muss ich bitte okay ich wusste die lampe bauen hier sondern so eine naja du weißt schon sie meine so eine lampe einfach damit ich ein leckerchen kuchen krieg so das ist papierlaterne wie baue ich die denn verliegt stahlglas sandkohle glühbirne stahl aber wie mache ich denn jetzt so eine licht lieferlicht da steht jetzt lieferlicht ruhig stahl und glas für bräussant und kohle rissenerz und kohle haben wir das alles nicht noch haben wir das nicht alles noch sand haben auf jeden fall nicht genug das das weiß ich aber die anderen sachen die verliegt die hätte was für eine lampe gesagt vielleicht machen die noch nur die glühlampe ne schau kohle haben wir lehm lehm brauchen wir nicht na toll na toll ach so das ist mein rucksack gewesen ich voll Pfosten kohle sil sil na silber steine nicht eisenerz kupfer nicht zerstören wenn das geht so diese schmetterlinge grüne blätter ja das war's ölmaterial so brauchen wir noch sand sand kriegen wir am strand so sand 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 kriegt man hier auch sand ja ja war doch versuch wert oder hier ja war viel aus da hoch ok aber das reicht noch nicht wir müssen noch mehr sand haben war war wozu findest du gold zick ist wieso s s s s s s s s Es gibt Muckis von der Hau, es gibt Muckis. So. Wie viel haben wir denn jetzt? Acht. Ich glaube, acht brauchen wir aber, oder? Egal, komm. Ein paar nehmen wir noch mit. Ein paar nehmen wir noch mit. So. Ich glaube, das reicht. Das müsste reichen. Müsste reichen. Wir brauchen auch immer diese Eisen-Gedönse da. Eisen. Stahl, meine ich. Entschuldigung. Stahl brauchen wir eine. Haben wir. Glas brauchen wir zwei. Wir haben zu wenig Kohle. Oder? Zwei Glas. Oh nein. Der Rucksack ist voll. Okay. Oh, jetzt habe ich aber nur Hüssele. Oh, Mann, Mann, Mann. Mein Rucksack ist voll, verdammt. Jetzt habe ich mich verschluckt. Ich habe eine Spucke verschluckt. Oh, das ist nicht schön. Ach, ehrlich. Warte mal. Ähm. Wir bringen das mal weg. Ich wünsche dir. Ich wünsche dir einen Hügel. Gereich. Gereich. Alle kommen ja. Die Erküsele. Oh je, oh je, life is life. So, ähm. Aber wir brauchen noch mal Glas. Dazu brauchen wir noch einmal Sand. Einmal Sand. Oh Mann. So, gehen wir mal zum Strand. Einmal noch. Einmal Sand. Sand, Sand, Sand. Natürlich. Ach ja, der Plinger. Passiert auch nicht, wenn ich die nicht zurückkomme. Zumache. Bleiben die dann offen? Wir probieren das mal aus. Oder haben wir das schon mal ausprobiert? Mamma mia. So, ähm. Schneid wollen die raus. Ne, machen wir nicht. Machen wir nicht. So. Hier hin. Zack. 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 Jetzt machen wir eine Glühbirne. Zack. So, jetzt haben wir das Lämmchen. Licht. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Gut. Meinten die mit Delsattler, oder hat die da wirklich nur Dings gesagt, hier Glühbirne? Ne, ne? Wo ist er denn jetzt hier? Oh, da ist er noch mal hier. Verdammt. Ja. Uhu. Woff. Die Frisur sieht echt niedlich bei dir aus. Ja, ich weiß. Hups. Ich hoffe, das war nicht so direkt. Natürlich nicht. Es ist schön, wenn wir uns draußen über den Weg laufen. Das zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Oh je. Oh, ich hoffe, du findest das nicht seltsam. Okay. Das war's nicht. Licht. Tja. 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 너 war es nicht. Ich weiß... Na gut, okay, komm. Das sollte für heute reichen. Morgen kriegen wir dann auf jeden Fall Post von den bestellten Ware. Da bin ich auch mal gespannt. Da bin ich richtig gespannt. Und ja, wenn das dir gefallen hat und du mehr sehen möchtest, vergiss nicht, Däumchen da oben und dann gibt es mir folgen ganz einfach so und da oben ist liegen und schlafen ja es war ein anstrengender tag und dann was vergessen wir packen erstmal das machen wir erstmal hier die packen wir da mal rein das nehmen wir jetzt schon mal raus bevor ich vergesse dann nehmen wir auch mal daraus dass das auch was auch das können wir morgen dann verkaufen genau da vergesse ich dass wir in sich nicht wer hat nur gedreht ist wie die schon so spät was ich noch zu sagen hätte dauert keine zigarette noch kein letztes glas im stehen denn ich werde nun gehen aber heute sind alle tage ich komme wieder keine frage und tut nichts was ich nicht auch tun würde in diesem sinne hallo